Ein Impuls mit Luft und Freiraum wird zur Idee. Die Idee mit Kraft und Erfahrung wächst zum Projekt. Das Projekt wird zum Kunstwerk. Ihr wohnt in Niedersachsen. Seid zwischen 14 und 21, alleine oder im Team, mit leeren Taschen, aber mit Ideen. Bewerbt euch beim Jugendkulturpreis. Zeit für Ideen. Das ist das Thema. Was fällt euch dazu ein? Schickt euer Konzept. Das geht unter jugendkulturpreis-nds.de. 25 der Projekte werden mit sattem 1000 Euro Startkapital gefördert. Setzt euer Ding um, da wir unterstützen euch Coaches. Und am Ende winken insgesamt 6000 Euro für die Gewinne. Zeit für Ideen. Der Jugendkulturpreis Niedersachsen. Der Jugendkulturpreis Niedersachsen. Der Jugendkulturpreis Niedersachsen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gerhard P 클래